Hallo! Willkommen zurück bei Mathematik macht Freude und Freunde. Ich bin Coach Laura und das ist mein zweites Video im Lernzyklus Sachaufgaben Satz des Pythagoras. Es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. Für Grundlegendes zu Aufgaben zum Satz des Pythagoras, sieh dir bitte den Lernzyklus meines Kollegen Coach Fabian an. Wenn du Grundlegendes zur Bewältigung von Textaufgaben suchst, sieh dir mein Intro Video an. Hast du schon? Na umso besser! Lass uns loslegen! Georg und Lennox spielen sehr gerne Tennis. Georg ist schon stattbekannt für seinen geraden Aufschlag. Das ist ein Aufschlag, bei dem der Ball durch die gerade Flugbahn viel Geschwindigkeit gewinnt. Lennox hat auch schon versucht, diesen geraden Aufschlag zu spielen. Doch es gelingt ihm nicht. Er meint, es könnte an der Größe liegen. Lennox ist nämlich ein Meter und 45 Zentimeter groß. Georg hingegen sollte schon über zwei Meter groß sein. Kann das sein? Ist Georg wirklich schon über zwei Meter groß? Nun zu der Textaufgabe, die wir heute bearbeiten wollen. Ein standardisiertes Tennisfeld ist, von der Grundlinie aus, wo der Spieler seinen Aufschlag macht, bis zur gegnerischen Aufschlaglinie, vor der der Ball aufkäuen muss, genau 18,29 Meter lang. Georgs Ball hat eine annähernd gerade Flugbahn von 18,66 Metern. Wie groß ist Georg, wenn er den Ball genau 1,58 Meter über seinen Kopf trifft? Wie gehen wir an so eine Aufgabe heran? Bevor wir uns an die Aufgabe selbst heranwagen, möchte ich dir zunächst zeigen, wie so ein Tennisfeld überhaupt aufgebaut ist. Also von der eigenen Grundlinie, da wo Georg für den Aufschlag steht, bis zur gegenüberliegenden Aufschlaglinie. Aha, so sieht das also aus. Nun zu der Bearbeitung der Textaufgabe. Auf was müssen wir achten, wenn wir so eine vor uns haben? Rufe dir ins Gedächtnis. Wir haben letztes Mal drei Punkte bestimmt, auf die man eben acht geben soll. Zum einen wären da die wichtigsten Informationen. Das sind Zahlen und Fakten, die wir für die spätere Rechnung brauchen werden. Dann gibt es die sogenannten Triggerwörter, also Wörter, die uns einen Hinweis auf die Art der Rechnung geben sollen. Und schließlich noch die Fragestellung, damit wir auch wissen, wonach gesucht wird. Versuche zunächst eigens, diese in der Textaufgabe mit entsprechenden Farben zu kennzeichnen. Also die wichtigsten Informationen, die Triggerwörter und die Fragestellung. Wenn du schon eine Ahnung hast, wie eine Skizze aussehen könnte, dann darfst du auch jetzt schon mal einen ersten Versuch starten. Drücke hierfür auf Pause. Geschafft? Nun, welche waren denn die wichtigsten Informationen? Genau, wir hatten die 18,29 von der Grundlinie bis zur gegnerischen Aufschlaglinie, dann die Flugbahn mit 18,66 und die 1,58, da wo Georg den Ball über seinem Kopf trifft. Hast du auch ein Triggerwort gefunden? Nein? Sehr gut! Diese Aufgabe ist etwas schwieriger gestellt, weil es kein explizites Triggerwort gibt. Ganz schön gemein. Aber weil wir Mathe-Profis sind, können wir bestimmt mit einer geeigneten Skizze auf eine Lösungsstrategie kommen. Doch zuerst würde mich noch interessieren, was denn nun die Fragestellung war. Hast du sie gefunden? Genau. Wie groß ist Georg eigentlich? Nun haben wir die Informationen im Text gekennzeichnet und können sie in eine Skizze übertragen. Nochmal ganz langsam. Von dem Punkt, wo Georg für den Aufschlag steht, bis dahin, wo der Ball landen soll, haben wir 18,29 Meter gegeben. Im Text hieß es, von der Grundlinie bis zur Aufschlaglinie sind es genau 18,29 Meter. Die Flugbahn des Balles hat genau eine Länge von 18,66 Metern. Georg trifft den Ball genau 1,58 Meter über seinem Kopf. Schlussendlich wissen wir nicht, wie groß Georg ist, daher bezeichnen wir seine Größe mit x. Zwischen Georg und der Länge von 18,29 Metern ist ein spezieller Winkel gegeben. Erkennst du ihn schon? Genau, es ist ein rechter Winkel. Aber halt mal, haben wir hier nicht etwa ein Triggerwort entdeckt? Genau. Rechter Winkel, das ist ein Triggerwort für den Satz des Pythagoras. Sehr gut. Bitte zeichne diese erste Skizze schon einmal ab, damit du bei der Rechnung darauf zurückgreifen kannst. Ich gebe dir hier noch einmal eine genaue Skizzierung der Aufgabe. Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, wir können auch schon mal die Seiten bestimmen bzw. sie sofort Hypotenuse oder Kathete nennen. Gegenüber des rechten Winkels liegt unsere längste Seite. Das ist die Hypotenuse C. Das heißt, die beiden anderen Seiten sind unsere Katheten. Gegenüber des Eckpunktes B ist die Kathete B. Dann gibt es noch unsere gesuchte Kathete A. Diese liegt gegenüber des Eckpunktes A. Bitte zeichne auch diese genauere Skizzierung in dein Heft ab. So tust du dir bei der Rechnung leichter. Wir haben also die Hypotenuse C mit 18,66 Metern, die Kathete B mit 18,29 Metern und die gesuchte Kathete A. Diese setzt sich ja zusammen aus den 1,58 und dem x. Das heißt, wir können A gleich 1,58 plus x setzen. Nun brauchen wir also den Satz des Pythagoras. Wie ging der noch einmal gleich? Genau, C² ist gleich A² plus B². Wir brauchen aber die Seite A. Das heißt, wir können B² abziehen und wir erhalten C² minus B² ist gleich A². Davon noch die Wurzel gezogen und wir erhalten unsere heutige Formel. A ist gleich die Wurzel aus C² minus B². Hier können wir nun also unsere gegebenen Informationen einsetzen und wir erhalten 1,58 plus x ist gleich die Wurzel aus 18,66 zum Quadrat minus 18,29 zum Quadrat. Dies darfst du nun in deinen Taschenrechner eintippen und du erhältst 1,58 plus x ist gleich 3,69. Davon noch die 1,58 abziehen und wir erhalten x ist gleich 2,11. Perfekt! Das heißt, Georg ist 2 Meter und 11 Zentimeter groß. Lennox muss also noch ein bisschen wachsen. Vielen Dank, dass du dir mein Basic Video heute angeschaut hast. Ich freue mich sehr, dass du die Aufgabe lösen konntest und ich hoffe, du kannst etwas daraus mitnehmen. Im nächsten Video werden wir uns mit Eiscreme befassen. Das heißt, schalt ein! Viel Spaß!